Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch die Interview-Reihe Herzensfolger vor. Was ist das? Und zwar habt ihr bestimmt den Kanal-Trailer gesehen. Da geht es ja um die ganze Botschaft, was ist ein Herzensfolger und was ist ein Allesfolger. Und ich möchte euch helfen, auch ein Herzensfolger zu werden. Also habe ich andere Herzensfolger, die ich persönlich kenne oder über YouTube oder auch andere sozialen Kanäle kennengelernt habe, fünf Fragen gestellt, die euch helfen sollen, anhand deren Werdegang Learnings mitzugeben und Golden Nuggets mitzugeben, damit ihr auch einfacher zum Herzensfolger werdet. Bleibt dran, holt eure Zettel raus, holt eure Stifte raus, lernt ganz viel, denn ihr wisst, Herzensfolger umgeben sich nur, genau, mit Herzensfolger. Ganz viel Spaß bei dem Interview und jetzt, anschauen! So, hallo ihr Lieben, hier ist der Daniel, euer Herzensfolger von Folge Deinem Herz. Heute bin ich hier mit der Julia, hallo erstmal und schön, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ihr wisst ja, ich will ja euch helfen, so ein Herzensfolgerleben zu führen, wie ich es auch mache. Und dafür ist es auch schön, wenn man immer wieder andere Menschen findet, die das auch machen und leben. Und ich habe die Julia heute hier und kurz zur Entschuldigung, ich bin leicht erkältet, deswegen ein bisschen nasal unterwegs. Aber, liebe Julia, dann stell dich doch erstmal kurz vor, der Community, was, ja, warum bist du auch ein Herzensfolger? Was machst du denn so? Also, ich bin deswegen ein Herzensfolger, weil ich seit ungefähr, ja, ich sag mal so zwölf Jahren ernähre ich mich fast ausschließlich von Rohkost. Ähm, auch, ja, man kann auch vegane Rohkost sagen, das macht so 80 bis 90 Prozent meiner Ernährung aus. Und ansonsten bin ich auf jeden Fall, ja, vegan unterwegs. Cool. Das ist doch, das heißt, deine Intention ist es, also du liebst es, das Thema. Ja, absolut. Also ich habe eigentlich schon so mit 15 das erste Mal angefangen, vegetarisch zu leben. Dann hatte ich mal kurze Phasen, wo ich wieder Fleisch gegessen habe, bis ich dann so mit Anfang 20 so auf die vegane Rohkost gestoßen bin, dank interessanter Bücher. Und genau, aber damals war ich noch so ein bisschen der einsame Rufer in der Wüste gewesen. Ja, so ein bisschen Alien-mäßig, weil die meisten haben natürlich dann mit veganen Rohkost nicht viel anfangen können. Aber ich bin froh, dass es jetzt mittlerweile wirklich auch ein Trend wird und ich dann nicht mehr so alleine bin. Mittlerweile kenne ich einige Leute, die sich vegan ernähren oder sogar von Rohkost. Ja, Wahnsinn. Ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn ich jetzt überlege, 15 Jahre war 2001. Äh, also selbst ich seit sieben Jahren bin ich ja jetzt Vegetarier, fast vegan so in der Richtung. Und am Anfang hieß es, hä, was machst du da? Total strange, ne? Also die Leute denken immer so, wer bist du überhaupt? Ja, 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 genau. Das ist doch sowieso nur ein Trend und lass mal den Quatsch. Ja, man wird natürlich immer ein bisschen genau beäugt. Also damals war das so, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe. Ich habe damals bei der Post, genau, eine ganz, ja, ich sage mal, so strenge Ausbildung bei der Post gemacht. Als? Postverkehrskauffrau. Ach, okay. Genau. Und da habe ich dann, da habe ich damals schon angefangen, habe ich mein Obst und Gemüse immer mitgebracht. Also ich habe mich eigentlich hauptsächlich von Obst ernährt, ja. Ja, und ich weiß noch, da kam ich mir irgendwie in dem Moment so blöd vor, weil wenn ich das ausgepackt habe, weil jeder so seine Butterstulle dabei hatte und ich dann irgendwie nur so 5 Äpfel. Mir sollte die Frau satt werden, ne? Ja, ja, genau. Ja, Wahnsinn. Cool. Und da habe ich natürlich auch immer oft ein bisschen gefoppt worden, muss man sagen, ja. Also das war, das war manchmal schon eine harte Zeit. Also mittlerweile meine Freunde, die wissen, was ich mache und auch mein Umfeld. Und vor allen Dingen, ich gehe ja jetzt natürlich sehr in die Offensive auch damit, ja. Ja, das ist gut so, das ist schön. Das heißt, du kannst mit dem, was dich interessiert, was dich von Herzen aus antreibt, auch sagen, du lebst es jeden Tag im Endeffekt, oder? Ich lebe es jeden Tag, ja. Auch beruflich. Also ich lebe, was ich, oder wie sagt man so schön, I walk my talk. Ja, geil, sehr gut. Den kannte ich sogar noch nicht. Stichwort, I walk my talk. Genau. Das ist cool. Ja, dann lass uns doch direkt mit der ersten Frage anfangen. Also, wie hast du denn herausgefunden, überhaupt das zu machen, was du jetzt gerade aktuell machst? Also, wie bist du darauf gekommen, rauszukriegen, was dein Herz will, also was dein Interesse ist? Also, das ist natürlich, bei so einer Ernährung, die ich mache, passiert sehr viel über Umwege. Also, man experimentiert sehr viel und, ja, ich sage mal so, bei mir hat das ja auch alles noch ein Gesundheitssystem. Ich habe einen gesundheitlichen Hintergrund gehabt, oder was heißt gesundheitlich-ästhetischen Hintergrund. Und zwar, ich habe früher eine sehr, sehr schlimme Akne gehabt. Okay. Und die ging auch nach meinen Teenagerjahren nicht weg. Also, ja, bin ich dann zum Arzt und die haben gesagt, es tut uns leid. Das ist die Genetik, du musst damit leben. Wow, okay. Genau, und ich bin dann, habe dann nur noch depressiv bei mir im Zimmer gelegen, weil ich, klar, ich bin halt auch oft auf meine Hautprobleme angesprochen worden. Das kam noch dazu oder sogar, ich sage mal, gemobbt worden, weil alle mich dann irgendwie Pickelfresse genannt haben oder sowas. Ja, es sah sehr, sehr schlimm aus. Und, ja, dann habe ich halt irgendwann angefangen, Bücher zu lesen und dann bin ich irgendwann mal auf Bücher gestoßen, die mit der Rohkosternährung zu tun hatten. Und dann habe ich das ausprobiert und dann, siehe da, hat sich was getan. Wow, sehr interessant. Also, das fällt mir jetzt nur auf. Also, bei mir war selber auch ein gesundheitlicher Aspekt, warum ich aufgeweckt worden bin, mehr zu machen, was ich will. Ja. Und das Thema, darf ich fragen, wie lange das her ist? Also, dass jetzt deine Haut so extrem besser geworden ist. Also, wann war das letzte Mal, als sie extrem schlecht war? Ich glaube, ja, da war ich so, ja, 24, 23, 24. Das war so die, sagen wir mal, so die Phase, wo meine Haut noch sehr, sehr extrem schlecht war. Und, wie gesagt, wo die Ärzte auch gesagt haben, das ist einfach eine chronische Erwachsenenakne. Da kann man nicht viel gegen machen. Okay, also typisch Ärzte wieder und auch das Thema. Genau, ja, also, wie gesagt, die Ärzte sind nicht allwissend, vor allen Dingen. Ich meine, die lernen ja auch nur das, was sie da in ihrem Studium gelernt haben. Ja, und das ist meistens mit Ernährung beschäftigen die sich gar nicht so viel im Medizinstudium. Generell, das ist deren Realität, aber nicht deine, ne? Genau, genau. Also, dementsprechend sehr, sehr, sehr interessant. Also, freut mich auch zu hören. Also, bestätigt auch wieder das Ganze. Mein Hals, Nasen, Ohren, Nass hat es zu meiner Mutter damals gesagt. Ihr Sohn wird niemals Sänger oder Redner, weil ich doppelte Knoten auf der Stimme in der Hasse. Das war seine Realität, aber nicht meine. Ja, ich glaube auch, also, die können ja komplett alles vernichten mit einem Satz. Ja, also, deswegen ist es... Wie viele Menschen da draußen rumlaufen, ne? Ja, also, manche dürften vielleicht nicht mal Arzt werden, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Ähm, ja, ich denke auch. Also, da muss man wirklich aufpassen. Man darf nicht immer alles so ernst nehmen, was die Ärzte sagen. Klar, natürlich ist es wichtig, bei schweren Krankheiten eine Diagnose zu bekommen. Aber, wie gesagt, da sind aber auch viele, viele Diagnosen dabei. Ja, aber du bist doch schon mal der erste, der lebende Beweis dafür. Also, ich sage das jetzt einfach mal so, wenn ihr Probleme mit der Haut haben solltet, kann man sich auf alle Fälle an dich wenden auch, oder? Also, ich coache natürlich auch. Ich habe ja mittlerweile auch eine Ausbildung gemacht zum Ernährungscoach. Aber auch einfach nur, natürlich auch, um das Zertifikat zu bekommen. Weil mit Ernährung beschäftige ich mich seit vielen, vielen Jahren. Und ich kenne mich da ziemlich gut aus. Und natürlich, man ist selber immer sein eigenes Versuchskaninchen. Das sollte man sowieso immer sein. Also, bevor man irgendwas klar oder versucht, oder, wie sagt man, bevor man irgendwie eine Meinung anderer übernimmt, erstmal selber ausprobieren. Und dann kann man immer noch urteilen. Ja, das ist wundervoll. Schön. Also, schon mal vielen Dank für die erste Frage. Zweite Frage. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte. Welche Herausforderungen hattest du denn auf dem Weg dorthin, wo du jetzt heute bist? Also, was waren so die größten Stolpersteine, an denen du sozusagen drüber springen musstest? Natürlich erstmal die Gesellschaft. Gerade da vor 10, 12 Jahren waren die Leute noch nicht so offen wie heute, was das Thema angeht. Da war das für mich natürlich, ja, wie soll ich sagen, also ich musste erstmal damit lernen, offen umzugehen. Okay, ich bin Rohköstlerin, ich lebe auch vegan. Und das war immer so nach dem Motto, okay, mögen mich die Leute noch, wenn ich so eine Spaßbremse in Anführungsstrichen bin. Genau, in Anführungsstrichen, du sagst es. Genau, also es war, ich muss auch sagen, ich habe ja mal drei Jahre wirklich 100% nur von Rohkost gelebt. Und es war auch eine sehr einsame Zeit, ich hatte kaum Freunde. Klar, man kriegt nicht mehr so viele Einladungen, weil die Leute nehmen natürlich an, okay, die isst nichts, die trinkt nichts. Und das ist ja auch, Essen und Trinken ist ja auch immer, was die Menschen zusammenbringt. Und es ist ja auch gut so, ich finde das auch super schön und es soll auch so sein. Und irgendwann habe ich natürlich gute Kompromisse auch für mich gefunden. Aber ich muss sagen, die Gesellschaft, klar, das ist dann schon so, man hört dann oft so, ja, die hat doch bestimmt irgendwelche Essstörungen oder das ist immer so lustig. Also, wenn ich jetzt dreimal am Tag zum McDonalds gehe, habe ich dann keine Essstörung. Ja, ja, ja. Das denke ich mir halt einfach. Also, was ist denn bitte eine Essstörung? Eine Essstörung ist für mich einfach jemand, der unterernährt ist, der nichts isst, ja, oder seinen Finger in den Hals steckt. Ja, das ist für mich eine Essstörung. Richtig, tatsächlich. Also, es ist immer faszinierend, dass man, es fällt dann immer wieder auf, dass der Mainstream die Realität, in Anführungsstrichen, die Realität bestimmt. Ja, ja, genau. Und du dadurch immer in dieses, also am Anfang der Entwicklungs-, in der Aufbaufase, wenn ihr das machen wollt, was ihr liebt, immer wieder euer Umfeld euch im Weg stehen wird. Genau. Und leider oft sogar Freunde und Bekannte, wo du denkst, warum? Du willst doch eigentlich schon, dass ich glücklich bin, also lass mich doch eigentlich machen, ne? Ja, ja. Aber das ist dann die Sorge vor etwas, dass du etwas machst, was ich vielleicht selber sogar gerne machen würde oder probieren würde. Genau. Das ist oft so, das ist die Bequemlichkeit und wenn das natürlich andere durchziehen und sie selbst nicht, dann sind da manche dann so ein bisschen so, die kritisieren dann halt schnell, ja. Ja, genau. Klar, weil... Der Mensch kritisiert auch gerne einfach. Muss ja irgendwas zum Reden geben. So, Julia, die dritte Frage, die ich an dich habe, ist, wie findest du deine größte Motivation an Tagen? Und ich kenne das selber und das kennen auch Leute da draußen, die auch schon jetzt versuchen oder schon in ihrem Herzen folgen. Wie schaffst du es dich zu motivieren an Tagen, wo du weißt, hey, heute ist es mal nicht so cool und läuft nicht so, aber ich weiß, es muss nach vorne gehen. Also, kurz gefasst, was ist deine größte Motivation? Also meine größte Motivation, wenn ich ehrlich bin, ist, ja, dass ich eigentlich gesund sein darf natürlich und dass meine Haut normal funktioniert, dass ich mehr Energie habe als früher. Natürlich, klar, dieser gesundheitliche Aspekt, weil ich meine, wir wissen alle, egal wie toll man aussieht, wie viel Geld man hat, wie erfolgreich man ist, aber wenn man nicht gesund ist, dann zählt das alles nicht mehr, ja. Und klar, natürlich gab es immer wieder Momente, wo ich diese Ernährungsweise auch mal in Frage gestellt habe, gerade wenn, ja, ich habe dann vielleicht mal beim Arzt ein Blutbild machen lassen und man kriegt dann zu hören, ja, sie haben einen B12-Mangel. Klar, ist mir auch vor ein paar Jahren passiert. Aber gut, dann guckt man halt, dass man halt irgendwie das kompensiert, ja, und es gibt immer Mittel und Wege, ja, und deswegen, ja, es gibt schon, oder auch klar, wenn es so gesellschaftliche Anlässe sind und man den Druck spürt, ja, ess doch mal was. Und da merkt man natürlich schon, klar, okay, das ist so, man wird immer wieder so, versucht dahin, also, dass die Leute wollen einen immer wieder so dahin stupsen, ne, so, okay, komm, sei doch mal wie wir. Die meine Normalität. Genau, genau. Und, ja, aber ich muss sagen, die Motivation finde ich immer wieder durch meine Bücher natürlich, die mich, ich habe immer wieder bestimmte Bücher, die ich lese, dann natürlich auch, klar, was ich halt, die Veränderung, eigentlich die größte Motivation ist die Veränderung, die ich mit meinem, also mit meinem Körper wahrnehme oder an meinem Körper wahrnehme. Und das ist, glaube ich, das, deswegen bin ich auch immer noch dabei. Okay, also zusammengefasst. Im Endeffekt ist die größte Motivation das Ziel generell, aber du hast das Ziel ja schon erreicht, weil du dich jetzt sehr wohl fühlst mit deiner Haut. Ja. Und dementsprechend, du weißt, dieser Prozess bringt mir dieses Ergebnis, ne? Mhm. Okay, sehr schön. Und dann hast du ja auch das Thema, soweit ich weiß, du hast ja einen Block, ne? Genau. Genau. Und das ist auch ein Teil für dich, Motivation, wenn du Feedbacks bekommst von Lesern und... Ja, natürlich. Das darf man nicht außer Acht lassen, da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, aber ich habe ja einen Block. Mhm. Und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft, wenn natürlich, wenn mir Menschen, vor allem, wenn die mir schreiben, die haben das ausprobiert, ja, die sind am Ball geblieben und die haben jetzt auch wirklich Ergebnisse, ja. Das gibt mir sehr viel Kraft. Oder auch meine, wenn ich, wenn jemand meine E-Books gelesen hat und mir dann schreibt, oh, danke, du hast mir so sehr geholfen, ja, also das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, ja. Das ist eigentlich das schönste Geschenk, so, ne? Das ist das schönste Geschenk, ja, das stimmt. Jemanden zu inspirieren und zu helfen, ne? Zu motivieren. Ja, ja, genau, genau, genau. Vor allen Dingen, ja, eine Sache, die mir schon so lange am Herzen liegt, dass ich das jetzt, ich meine, ich habe den Block jetzt noch nicht so lange, ich hätte vielleicht schon viel früher damit anfangen müssen, habe mich vielleicht noch nicht so ganz getraut, aber, ja, jetzt merke ich erst mal so die Resonanz, dass die Leute jetzt, vor allen Dingen, dass ich damit auch so offen umgehe jetzt, ja, und das habe ich ja vorher auch nicht immer so gemacht, wie gesagt, das war dann immer so. Angst vor der Gesellschaft, was kriegst du gesagt? Ja, ja, genau, diese Rohkosttante da, die isst nichts außer, keine Ahnung, Salatblätter, also, ich meine, da kommen natürlich dann diese Klischees, ja. Ja, das ist immer so, also, wenn du etwas anfängst, wirst du immer Gegenwind haben, aber dann musst du denken, wie fliegt ein Flugzeug? Da brauchst du mal Gegenwind, ne, damit er überhaupt abheben kann. Ja, genau, genau. Also, deswegen, du wirst es immer am Anfang haben. Das wird immer so sein, da stelle ich mich auch mittlerweile auf ein. Klar, es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt, was man macht, aber ich glaube, ähm, ich meine, wenn man sich davon halt natürlich irgendwie, ja, das nehmen lässt, das wäre ziemlich traurig. Also, man sollte dann echt erst recht weitermachen, ja, weil es gibt immer noch die Menschen, die das toll finden, ja. Genau, richtig. Du kannst es nie allen recht machen. Richtig, so sieht es aus. Also, für euch, wenn ihr etwas habt und ihr merkt, euer Umfeld, Freunde, wie auch immer, sind dagegen, macht einfach weiter. Und schreibt uns in die Kommentare, wir helfen euch da auf alle Fälle weiter motiviert zu bleiben, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr machen könnt. Wenn ihr etwas macht, was ihr liebt, werdet ihr automatisch damit anderen auch helfen können, dass sie sich auch besser fühlen und ein besseres Leben führen werden. Ähm, du hast es schon angesprochen, kurz, und zwar das Thema Bücher. Hast du denn, also ich bin ein Riesenfan von Büchern, ich muss nur, ich verstehe es nicht, warum es nicht früher beigebracht wird, dass man Bücher lesen soll. Also, wenn man sich, glaube ich, statistisch ansieht, lesen unter einem Prozent der Menschen in Deutschland Bücher. Ja. Also, wisst ihr schon automatisch, dass wenn ihr Bücher lest, ihr 99, was auch immer Prozent mehr Wissen habt, als die alle um euch herum. Also, ist eigentlich dumm, das nicht so zu machen, zu lesen, ne? Also, ich sag mal, Wissen ist in diesem Fall tatsächlich Macht. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mit Gesundheit auskennt, dann kann das natürlich sehr viel bedeuten, ja. Also, für deine Gesundheit, für deine, ja, für deine, ja, für deine Entwicklung einfach. Weil ich glaube, dass viele Menschen immer noch nicht wirklich so wissen, genau, okay, was bedeutet Gesundheit eigentlich, ja. Also, wir kriegen natürlich immer sehr viel vor, einsuggeriert, was ist gesund, ja. Wir müssen viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wir müssen dies nehmen, wir müssen das nehmen. Wir brauchen super viel Calcium. Das ist ja schon eine Calciumbesessenheit in unserer Gesellschaft. Milch, Milch, Milch und so. Milch, genau, ja, ja, ja. Macht müde, äh, wie heißt es, müde Männer munter? Müsst eigentlich, müsst krank stehen dahinter, ne? Ja, stimmt, ja, die pasteurisierte Milch ist tatsächlich, ja, nicht gut. Ne, welche Bücher hättest du denn da? Die, jemand jetzt, also zu dem, also generell das Thema, meine Botschaft, lest Bücher zu eurem Thema, wo ihr euch befindet, was ihr machen wollt oder wo ihr hinkommen wollt. Also, ob finanziell, ob persönlich, ob Sport, es gibt zu allem Bücher. Und jetzt zu dem Thema Ernährung, hast du da ein, zwei Büchertipps? Ich sag mal so, ich zeig jetzt erstmal mein Buch, eine meiner Bücher, die das, was mich am Anfang inspiriert hat, genau, wo ich halt sozusagen eingestiegen bin in die Rohkosternährung. Also, sehr inspiriert hat mich Dr. Norm Walker, der hat zum Beispiel hier, genau. Kannst du mal reinhalten, kannst du weitersprechen. Das ist so eins der ersten Bücher, die ich zu dem Thema gelesen habe. Genau, das ist dann, täglich frische Salate erhalten ihre Gesundheit. Aber Dr. Norm Walker, muss man sagen, war einer der ersten Saftpioniere. Der hat halt immer sehr viele Säfte gepresst, gerade so Karottensäfte. Und hat natürlich seinen Körper damit wahnsinnig toll entgiftet auch, ja, und seine Gesundheit stark verbessert. Und ja, er ist maßgeblich 116 geworden. Wow. Also, das ist schon mal ein gutes Alter. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, vielleicht mal für Einsteiger. Natürlich, also von Dr. Norm Walker, alle Bücher. Also, das ist natürlich, die sind schon relativ alt, muss man sagen, aber auf jeden Fall immer noch relevant. Was war das so denn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Was hätte ich so am meisten da, das nennt man ja immer Golden Nugget, wenn du das kennst. Den Begriff, kennst du den Golden Nugget Begriff? Äh, schon mal ein Gehör dabei. Genau, das heißt, im Endeffekt, aus allem, was du im Leben machst oder halt speziell auch liest, gibt es immer so diesen einen Satz oder dieses eine, was dir im Kopf geblieben ist aus dem Buch. Gibt das so eine Passage oder, also du musst jetzt nicht vorlesen, aber einfach nur, was kombinierst du gedanklich mit diesem Buch? Also, was erinnerst du dich? Eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da erinnere ich mich natürlich, klar, eigentlich für mich verbinden die Dr. Monorm Walker immer mit Säften. Okay. Also, so Karottensäfte, ähm, ja, er hat halt immer gesagt, naja, Karottensäfte sind halt, reinigen die Leber, reinigen die Nieren, äh, ja, und, ähm, genau, da hat er einmal geschrieben, naja, das siehst du zwar aus hinterher wie ein Indianer, weil klar, du kriegst ja dann diese bisschen orangen Hautfarbe. Besser als Solarium. Besser als Solarium, genau, also das ist sogar angeblich, dass das, also diese, von diesem, ähm, Beta-Carotin, was ja sehr viel in Karotten auch drin ist oder in Orangen oder in, in auch in Grünzeug, das macht so, unsere Haut gibt so einen leichten, ich sag mal, goldenen Ton, Beige und man, ähm, da gab es mal einen, wie hieß der nochmal, dieser Wissenschaftler David Parrott, der hat rausgefunden, dass das eigentlich so die wahre Bräune ist, äh, nach der wir uns sozusagen, die wir attraktiv finden, nicht die Solariumbräune, auch nicht die Sonnenbräune, sondern es ist eigentlich die Bräune, die wir aufgrund von sehr viel Obst und Gemüse bekommen. Ich meine, da muss natürlich auch sehr viel Karottensaft trinken, das stimmt schon, klar, das ist natürlich, äh, so ganz viele Nährstoffe sind nicht mehr in unserem Obst und Gemüse, aber das ist so das, was halt, äh, ich sag mal, unsere, unsere Wahrnehmung als ein gesundes Immunsystem bei anderen wahrnimmt, ja, das ist dann so ein bisschen dieses, also ich muss sagen, ich war früher sehr, sehr, sehr blass, richtig blass, also ich meine, Spitzenname war auch Leiche gewesen oder Grabstein, also ich muss sagen, ich bin immer noch sehr, sehr hell, aber ich muss sagen, seit ich natürlich sehr viel Obst und Gemüse esse, habe ich schon immer so einen leichten, eher so einen beigen Hautton. Auch kein Solarium, gar nichts machst du? Nee, ich war mal süchtig, aber das ist es jetzt. Okay, ja, war mal ein Trend, sowas, ne? Da habe ich damals auch gedacht, dass meine Akne davon weggehen, meine Pickel, aber nee. Nee, brauchst du Kuchen, ne? Nee, das war nix, das ging eher nach hinten los. Ja, das glaub ich dir. Hast du noch ein Buch? Ja, ich habe noch ein Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, weil, äh, natürlich, äh, Rohkost, dann denken auch immer viele, das ist so eine sehr obstlastige Ernährungsweise. Tatsächlich, äh. Genau, da gibt es ja dieses AD1010 von diesem Dr. Graham, was sehr bekannt ist, was auch sehr propagiert wird, aber selbst er hat auch ein bisschen Grünzeug, ähm, erlaubt, der, aber ich sag mal so, äh, was ich wirklich ganz toll finde und für diese Frau habe ich auch mal persönlich gearbeitet, die Victoria Butenko. Das ist, äh, das ist jetzt leider nur auf Englisch, das Buch, aber ich weiß, das gibt's auch auf Deutsch, aber googelt mal die Victoria Butenko, ihre Bücher wurden auf Deutsch übersetzt, sie hat auch sehr viel über Smoothies geschrieben, ist eigentlich so die Smoothie-Pionierin. Götte. Götte, genau, Mutter aller Smoothies. Und, äh, das ist, äh, also die englische Version von dem Buch heißt Queen for Life. Ich glaube, so ein bisschen so. Genau, Queen for Life. Und, ähm, ich hab natürlich am Anfang auch immer sehr viel, wenn, wo ich mit meiner Rohkosternährung angefangen hab, sehr viel von Obst, also sehr viel von Obst gelebt, ohne so wirklich so grünes Blattgemüse zu, also so zu berücksichtigen. Und das war eigentlich falsch, weil gerade im grünen Blattgemüse sind so viele Nährstoffe, so viele Mineralien, die manche Obstsorten gar nicht haben, deswegen empfehle ich sehr viel Grünzeug immer auch zu essen. Also wir essen insgesamt viel zu viel, äh, viel zu wenig grünes Blattgemüse. Ja, definitiv. Genau, und, äh, das da klärt die Victoria Butenko ein bisschen auf und wie, äh, vor allen Dingen, äh, erklärt sie in dem Buch, wie wichtig eigentlich Grünzeug ist für unsere Gesundheit. Okay, das werde ich mir auf alle Fälle bestellen. Sehr gerne. Definitiv, definitiv. Cool. Und natürlich meine zwei E-Books kann man auch lesen, da hab ich auch sehr viel geschrieben, aber da ist es eher, natürlich hab ich das Beste aus allen Büchern, die ich bisher gelesen hab, rausgenommen und in meine zwei E-Books gepackt. Genau, dazu kommen wir auch gleich. Also es wird auf alle Fälle alles hier unten in der Infobox stehen, alle Informationen zu dir, zu Julia. Du hast uns ja jetzt echt viele Infos gegeben, echt viel Input. Mhm. Auch vielen, vielen herzlichen Dank dafür, also ich werde mir das Video auch nochmal zwei, dreimal angucken müssen, und dann werde ich das alles aufnehmen, komplett. Ja, ja, ja. Die letzte ultimative Frage für die Community, für euch da draußen ist, ähm, was ist so dein, das klingt immer doof, die Frage, also dieser ultimative Tipp, aber was würdest du einem Menschen mitgeben, der auch versuchen möchte, seinem Herz zu folgen, etwas zu machen, was er unbedingt liebt, ihn zu motivieren sozusagen, dass er da dran bleibt und dass er es macht?